Weltweit ist es ja bekannt, dass die Demenz ein sehr häufiges Problem ist. Kannst du das in Zahlen gießen? Ja, natürlich, ganz gerne. Und zwar ist es eigentlich so, dass weltweit alle drei Sekunden eine Person an Demenz erkrankt. Und wir haben weltweit, also 2019, circa 55 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung gehabt. Und diese Zahl wird noch weiter ansteigen. Wir werden im Jahr 2050 circa 139 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung haben. Auch in Österreich und in Deutschland haben wir hohe Zahlen. In Deutschland sind circa 1,8 Millionen Menschen von einer Demenzerkrankung betroffen. Und in Österreich sind es circa 130.000 bis 147.000 Menschen. Das hört sich nach einer sehr großen Herausforderung für die Gesundheitssysteme an. Aber was genau kennzeichnet eigentlich eine Demenzerkrankung? Ja, also die Demenz ist eigentlich ein Überbegriff für über 100 Demenztypen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Typen wie die Alzheimer-Demenz, die Parkinson, die Vaskuläre und auch noch viele andere. Die Symptome, die können je nach Demenztyp sehr unterschiedlich sein. Aber generell zeigen sich so gewisse gemeinsame Charakteristiken. Einerseits haben wir einen Abbau bzw. einen Verlust geistiger, also kognitiver Fähigkeiten und auch einen Verlust von Alltagskompetenzen. Wir sprechen da immer von den Aktivitäten des täglichen Lebens, wie zum Beispiel das Einkaufen, das Kochen, das Essen. Und man hat natürlich auch zumeist einen chronisch fortschreitenden Verlauf mit Beeinträchtigungen, zum Beispiel bei der Orientierung, das kann zeitlich und auch örtlich sein, bei der Kommunikationsfähigkeit. Die Identität kann beeinträchtigt sein und auch die Persönlichkeitsmerkmale. Und diese Erkrankung, die führt eigentlich bis zur vollständigen Pflegeabhängigkeit. Und man hat natürlich auch ein erhöhtes Risiko für sehr viele Zusatzerkrankungen und eine verkürzte Lebenserwartung. Also habe ich jetzt richtig verstanden, die Demenz ist gar keine eigenständige Erkrankung? Ja, genau. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden, weil wir haben immer wieder das Problem, dass die Personen fragen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Alzheimer und Demenz? Und da muss man wirklich dazu sagen, Demenz, wie gesagt, ist nur ein Überbegriff. Und Alzheimer wäre eben ein Typ der Demenz. Und wir haben hier, wie gesagt, sehr, sehr viele unterschiedliche Demenztypen. Kannst du da etwas näher darauf eingehen? Das heißt, so wie du gesagt hast, ist die Alzheimer-Demenz eine Form und zwar die häufigste der Demenz? Ja, Alzheimer ist wirklich die häufigste Form. Und Sie sehen hier, das sind die wichtigsten vier Formen der Demenz. Alzheimer haben wir bis zu 60, 70 Prozent der Fälle, die davon betroffen sind. Vaskuläre Demenz bis 20 Prozent. Dann haben wir noch die Levy-Body-Demenz mit 15 Prozent und die frontotemporale Demenz mit unter 5 Prozent. Die Zahlen können natürlich ein bisschen variieren. Das kommt immer darauf an, welche Literatur Sie da auch betrachten. Und das kann sich auch ein bisschen variieren, je nach Land. Könntest du diese vier häufigen Typen bitte näher ausführen? Ja, und zwar bei der Alzheimer-Demenz ist es zum Beispiel so, dass dieser Botenstoff, das Acetylcholin, einfach in zu geringem Maße vorkommt. Und es gibt auch so Eiweißablagerungen im Gehirn, die nennen sich Plags. Also das ist sehr häufig. Aber ganz genau weiß man nie die Ursachen von den gesamten Demenzerkrankungen. Bei der vaskulären Demenz ist es so, dass wir hier häufig Durchblutungsstörungen haben. Und das ist meist zum Beispiel aufgrund von Schlaganfällen. Bei der Levy-Body-Demenz ist es so, dass sich hier kleine Levy-Körperchen entstehen. Das sind so Eiweißreste und das Ganze entsteht in den Nervenzellen. Typische Symptome bei dieser Erkrankung sind zum Beispiel Sinnesdäuschungen und Halluzinationen. Sehr häufig gibt es auch Schlafprobleme bei dieser Patientengruppe. Und bei der frontotemporalen Demenz ist es so, dass wir einen Nervzelluntergang haben im Stirn und im Schläfenlappen. Und hier ist es so, dass die Personen oft Persönlichkeitsveränderungen haben und auch Verhaltensänderungen. Ganz typisch sind hier Aggressionen, die auftreten können und auch Enthemmung. Danke für die Erklärung. Eine Demenzerkrankung wird ja meist mit höherem Alter in Verbindung gebracht. Wie sieht das dabei aus? Ja, das stimmt. Also die meisten Personen entwickeln eine Demenzerkrankung circa so ab dem 65. Lebensjahr. Aber es können natürlich auch schon 50-Jährige, 40-Jährige betroffen sein und es kann auch sogar noch früher auftreten. Und wenn wir sagen, so unter den 65-Jährigen, da ist es so, dass zum Beispiel eine Person von 1.000 betroffen sein kann. Und jede Demenz, die vor dem 65. Lebensjahr auftritt, wird auch als juvenile Demenz bezeichnet. Danke Sandra. Aber wie erkennt man eigentlich eine Demenzerkrankung? Ja, da gibt es eigentlich ganz, ganz vielfältige Symptome. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, welcher Demenstyp eigentlich besteht. Aber so im Generellen gibt es typische zehn Zeichen, die auf eine Demenzerkrankung hinweisen können. Das wären zum Beispiel Gedächtnisstörungen, wo eine Person zum Beispiel den Namen vergisst. Wie war das? War das die Lisa oder war das die Julia? Also da hat man Probleme. Oder dass man sich vielleicht an Terminen nicht mehr gut erinnert. Dann kann es natürlich sein, dass man Schwierigkeiten hat bei den Alltagsaufgaben, also bei den Lebensaktivitäten. Zum Beispiel hat eine Person mit Demenz auf einmal Probleme, dass sie zum Beispiel die Kaffeemaschine bedient oder auch das Essen kocht. Oft ist es das Problem, dass man eine Tätigkeit nicht gut starten kann oder dass die Reihenfolge nicht sehr gut passt. Also das kann ein Hinweis sein, dass die Person eine Demenzerkrankung hat. Dann kann es Probleme geben mit der Sprache. Da passiert es dann, dass eine Person zum Beispiel sagt, ah, du weißt eh, das Dings da, das Dings. Ah, fällt mir jetzt nicht ein, aber du weißt, was ich meine. Dann natürlich auch Orientierungsprobleme, zeitlich und örtlich. Das kommt sehr häufig vor. Dann, dass man auch natürlich Dinge verlegt, also ganz häufig Schlüsselbund wird nicht mehr angefunden oder Lesebrille verlegt, aber viele andere Dinge auch. Dann das abstrakte Denken, das kann auch beeinträchtigt sein, dass man auf einmal Probleme hat mit den Zahlen, mit den Symbolen. Man kann auf einmal den Taschenrechner nicht mehr bedienen. Stimmungsverhaltens- und Persönlichkeitsveränderungen können auch auftreten und auch Probleme mit den Visuellen und mit den Räumlichen. Und natürlich auch, überhaupt, wenn die Person einfach merkt, sie hat Probleme, kann es immer mehr dazu kommen, dass sich eine Person zurückzieht, also sozial. Und was auch noch auftreten kann, ist zum Beispiel ein beeinträchtigtes Urteilsvermögen. Hier kann es zum Beispiel vorkommen, dass eine Person mitten im Sommer sich sehr warm anzieht, also Pulloverschal, weil sie einfach gar nicht merkt, dass es eigentlich so heiß ist. Und wie erfolgt dann eine Diagnosestellung? Die Diagnosestellung, das ist ganz was Wichtiges und eigentlich ist es meistens so, dass die Person eben selbst merkt, dass etwas nicht passt oder auch die Angehörigen. Und dann ist der erste Schritt einmal, dass die Personen mal zu einem Arzt gehen. Und wenn sie dann dort sind, dann wird vom Arzt meistens eine Amnese durchgeführt. Es werden unterschiedliche Befunde erhoben, körperliche Untersuchungen, zum Beispiel internistische Untersuchung oder eine neurologische Untersuchung. Und es werden auch unterschiedlichste kognitive Tests, also neuropsychologische Testverfahren angewendet, wie zum Beispiel der Mini-Mental-Statustest. Und mit diesen Untersuchungen stellt man natürlich auch sicher, dass man vielleicht nicht doch eine andere Erkrankung hat als Demenz, weil es gibt sehr viele Differenzialdiagnosen und die wichtigsten wären zum Beispiel Depression oder Delir. Wenn das einmal sozusagen ausgeschalten ist, dann kann man sagen, okay, es geht in Richtung Demenzdiagnose. Was ist das für eine Demenz? Was ist das für ein Schweregrad? Zusätzlich kann auch sein, dass man sagt, man macht bildgebende Verfahren, ein MR oder ein CD, vielleicht auch eine Laboruntersuchung. Und dann natürlich auch, wenn es sein muss, eine Erweiterdiagnostik, wo man zum Beispiel dann auch noch als Beispiel eine Liquoruntersuchung durchführt. Und wenn das alles abgeklärt ist und man weiß dann, okay, das ist diese Demenz, das ist dieser Typ, dieser Schweregrad, müssen natürlich auch die Angehörigen und die Betroffenen sehr gut aufgeklärt werden. Und der Demenstyp ist ihm besonders wichtig, dass man den auch wirklich feststellt, damit dann wirklich die Therapie auch passend auf die Personen eben adaptiert wird. Noch einmal zum Schweregrad. Wie wird denn der Schweregrad einer Demenz eingeteilt? Ja, also das ist eigentlich so, man typischerweise, aber nicht immer, wird die Demenz in die leichte, mittlere und schwere Demenz eigentlich eingeteilt. Aber es gibt auch manchmal noch genauere Differenzierungen mit anderen Verfahren. Für diese drei Schweregrade ist es eigentlich sehr gut, wenn man die Testwerte von diesem Mini-Mantle-Test zum Beispiel verwendet, um eben das nach den Punkten in diese Schweregrade einzuteilen. Die können natürlich dann auch wieder variieren, je nachdem, welche Leitlinie man verwendet. Und Sie sehen hier, wir können einteilen, leichte Demenz, mittlere und schwere. Und bei der Leichten ist es einfach so, es fängt an mit einer Vergesslichkeit, man verlegt die Dinge, es fängt an mit dem Verlust von einem Zeitgefühl, Probleme bei den IATLs, das sind die instrumentellen Aktivitäten des täglichen Lebens. Das wäre zum Beispiel das Einkaufen gehen, dass man da Probleme hat, oder zum Beispiel bei den Finanzen oder beim Telefonieren. Dann kommen Stimmungsschwankungen hinzu, Verhaltensänderungen, Kommunikationsprobleme, eben wie wir vorher schon angesprochen haben, dass die Personen auf einmal sagen, hm, das Ding ist da, was ist da, keine Ahnung, mir fällt das Wort nicht mehr ein. Und sehr oft auch werden natürlich die Probleme, die man hat, verleugnet oder nicht realisiert. Im mittleren Stadium der Menz werden natürlich diese ganzen Problematiken intensiver, also es nimmt zu. Und zusätzlich kommen jetzt auch Probleme bei den Alltagsaktivitäten, nicht nur bei den IATLs, sondern bei den ADLs, das sind eher die grundlegenden Lebensaktivitäten, wie zum Beispiel Essen, Kleiden und auch Mobilität. Und dann ist es natürlich auch so, dass es ab diesem Zeitpunkt der mittleren Demenz immer schwerer wird, alleine zu Hause zu leben. Das heißt, es muss fast immer noch jemand vorhanden sein, also ein Angehöriger oder auch teilweise kann es schon vorkommen, dass man in ein Pflegeheim muss. Bei der schweren Demenz nehmen natürlich die Problematiken immer weiter zu und es kann auch bis zu einer vollständigen Pflegeabhängigkeit kommen. Zusätzlich können die Verhaltensänderungen sehr eskalieren, also Aggression ist ein ganz wichtiges Thema, aber auch im Harn- und Stuhlinkontinenz entsteht und Schluckbeschwerden sind hier auch ein wichtiges Thema und Gewichtsverlust. Obwohl man hier sagen muss, Gewichtsverlust kann auch schon präklinisch in ganz im frühen Stadium auftreten, also das ist nicht immer nur erst ab der schweren Demenz. Und was man noch dazu sagen muss, ist, dass diese drei Stadien eigentlich, oder diese drei Schwere gerade, die darf man nicht ganz getrennt voneinander betrachten, sondern die Symptome können je nach Demenztyp und je nach Person ganz individuell früher und auch später auftreten. Danke für deine ausführlichen Beschreibungen zur Thematik. Gerne.